Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Kaninchen sind kleine Säugetiere der Familie der Hasenartigen. Sie zeichnen sich durch ihre langen Ohren, kurzen Schwanz und kräftigen Hinterbeine aus. Ursprünglich in Südeuropa und Nordafrika beheimatet, sind sie durch menschliches Zutun weltweit verbreitet und gelten in vielen Regionen als invasive Artikel. Die Internationale Union für die Erhaltung der Natur listet den europäischen Wildkaninchen als gefährdete Artikel. Diese Tiere sind vor allem für ihre Fähigkeit bekannt, sich schnell zu vermehren und in einer Vielzahl von Habitaten zu leben, von Wiesen und Feldern bis hin zu Wäldern und städtischen Gebieten. Kaninchen erreichen eine Körperlänge von 35 bis 45 Zentimeter und ein Gewicht von 1,4 bis 2,5 Kilogramm. Ihre Lebenserwartung liegt zwischen drei und neun Jahren. Äußerlich fallen sie durch ihr vielfältiges Fellfarbspektrum auf, das von Grau, Braun bis hin zu Weiß reichen kann. Die spezifische Körperkonstitution mit kräftigen Hinterbeinen ermöglicht ihnen schnelle Fluchtbewegungen. Die Größe und das Gewicht können je nach Art und Lebensraum variieren. Kaninchen sind herbivor und ernähren sich vorwiegend von einer Vielzahl pflanzlicher Materialien wie Gräsern, Blättern, Wurzeln und Rinden. Im Sommer bevorzugen sie saftige Pflanzen und im Winter greifen sie auf Knospen, Rinden und Zweige zurück. Als Beutetiere stehen Kaninchen auf der Speisekarte verschiedener Raubtiere, darunter Füchse, Greifvögel und Schlangen. Ihre Fähigkeit, sich schnell zu vermehren, hilft ihrer Population, trotz der natürlichen Feinde stabil zu bleiben. Kaninchen sind extrem anpassungsfähige Tiere, die in einer Vielzahl von Umgebungen leben können. Ursprünglich stammen sie aus dem Mittelmeerraum, haben sich aber über Kontinente hinweg ausgebreitet. Heute finden sie sich in Europa, Australien, Teilen Afrikas und Amerikas. Ihr natürlicher Lebensraum umfasst Wiesen, Felder und grasbewachsene Gebiete, doch sie haben sich auch an städtische Umgebungen angepasst. In Polen sind sie hauptsächlich im südwestlichen sowie im westlichen und zentralen Teil des Landes anzutreffen. Sie bevorzugen sandige Böden und meiden feuchte Gebiete sowie dichte Wälder. Wir machen so, dass sie bis hinzie sind, sondern für den ganzen Tigmation umfasst. Hier werden die Vögel Natursche 모두 sehr glücklich. Ansonsten. Vielen Dank. Vielen Dank.